Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Heute gibt es ein Pack-Experiment. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so habe ich schon ein Pack-Experiment gemacht. Also, wir haben auf zwei Akkons jeweils 30 Picks am Start. Wir werden das Ganze aufmachen. Wir können geisteskranke Spieler ziehen, natürlich, ja. Aber bevor wir aufmachen, ich würde euch auch nochmal freuen, wenn ihr einfach liked, einfach kommentiert. Unter anderem, falls ihr neu seid, abonniert ruhig. Bevor wir anfangen, kurzen Werbung, und zwar wegen Eneba. Das heutige Video wird von meinem Partner Eneba unterstützt. Nochmal Dankeschön an Eneba für alles. Wenn ihr günstige PSN-Karten wollt oder auch andere Spiele, Jungs, zumindest, ja, checkt auf jeden Fall Eneba aus, was ihr machen müsst. Einfach ohne Überschreiben, ist mein Link. Ihr klickt einfach drauf. Natürlich unterstützt ihr mich auch dadurch. Dafür bin ich dankbar. Manchmal gibt es auch einen Code. Deshalb sage ich immer wieder, folgt auf Instagram, damit ihr nichts verpasst. Dann kriegt ihr sogar sehr günstige PSN-Karten. Momentan gibt es natürlich auch 100 Euro PSN-Karten. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt auf den Link. Und falls ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram oder schreibt es einfach in die Kommentare und ich beantworte eure Fragen. Dankeschön, Eneba, für diese tolle Unterstützung und natürlich auch an euch. Wir machen jetzt mit dem Video weiter. Let's go. So, Jungs, also wir haben 30 Pics am Start. Wir öffnen das Ganze. Ja, ich hoffe, wir ziehen gute, coole Spieler. Hier, das ist mein türkisch-lieger RTG-Account. Aber ich hatte halt sehr viele Spieler hier. Und ja, für das Video einfach mal jetzt hier straight aufmachen. Ja, gucken wir mal. Ui. Okay, wir haben einen Informabstand, einen 85er natürlich. Das ist der Theo Hernandez. Wir nehmen den auf jeden Fall mit. Ja, und der kostet circa 18.000 so. Ist okay, schmeckt. Ja, es geht hier weiter. Vielleicht kriegen wir noch ein paar gute, coole Special-Karten. Ich hoffe, ihr gönnt auf jeden Fall. So, es geht hier weiter. Also, das ist mein türkischer Liga-Account. Ja, dieser Parayok-de-Glaria-Account. Also, ich hoffe natürlich, dass sie was Krasses ziehen. Aber auf einen anderen Account wäre das natürlich viel, viel besser. Wir haben jetzt Mertens gezogen. Aber ich habe ja den Mertens, seine blaue Karte. 87er Karte, glaube ich, von ihm. Den habe ich ja schon. So, es geht hier weiter. Falls ihr solche Experimente sehen wollt immer wieder, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir auch natürlich das nächste Woche machen. Wenn EA natürlich solche coole Events droppt, dann macht es natürlich auf jeden Fall Sinn. Aber momentan ist es auf jeden Fall nicht so solide, weil wir einfach nichts ziehen gefühlt. Das ist der 84er Martinez. Vielleicht spielt auch Galatasaray gegen Manchester United. Also, wenn ihr das Video seht, dann. Ja, 87er Rating. Dann wissen wir ganz genau, wer das Spiel gewonnen hat oder vielleicht auch unentschieden. Ich sage, Manchester United wird das Spiel 3-1 gewinnen. Und ja, schauen wir mal. Ihr könnt mich dann auch in den Kommentaren mal halt natürlich fertig machen, wenn Galatasaray das Spiel gewinnen sollte. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein paar Picks hier aufgemacht. 87er Rating. Das höchste. Aber keine Special-Karte bis jetzt. Ja, das sind zwar auch natürlich 78-Plus-Picks. Das sind jetzt nicht so besonders. Aber ich sehe gerade auch, dass ich immer duplikate ziehe. Hier auf dem Account habe ich, glaube ich, sehr, sehr viele Spieler am Start. Und ich kann auch natürlich demnächst auch ein cooles Video rausbringen. Vielleicht sehr viele Icon-Packs oder vielleicht andere Upgrade-Packs etc. Ja, nehmen wir mal die 83er mit hier. So, es geht hier weiter. Wir haben noch ein paar Picks am Start. Ja, Toni Kroos ist gut. 86er Rating. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir noch eine Seite? Ja, wir haben noch ein paar. Wir haben, glaube ich, auch 10 Stück oder so. So, öffnen wir. Ja, 80er Alvarez. Aber wir haben ja noch 30 Picks am Start. Ich hoffe, dass wir da auf den Account, auf diesen anderen Account, da geisteskrankte Spieler ziehen. Aber 89er Rodri ist geil. Ja, natürlich super. Ich freue mich, weil irgendwann... Uh, da haben wir unsere erste Special-Karte. Tisjanko oder so. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Der kostet, glaube ich, auch nichts. Aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr nice finde bei diesem Design hier, dass diese Blitze, ne? Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja, 10k, 11k ungefähr. Aber egal. Trotzdem. Special-Karte ist Special-Karte. Nehmt man natürlich mit. 82er Rating. Javi Galan. Dann machen wir weiter. Schön hier. Ferran Torres nehmen wir mit. Und gucken wir mal. Wir haben noch 1, 2... Oh, wir haben noch 5 Picks am Start. Komm. Vielleicht noch ein Warcourt oder so. Oder noch eine Special-Karte. Würde ich mich natürlich hier freuen. Danach werden wir natürlich auf einen anderen Account einfach mal switchen. Ja, und dann die letzten 30 Picks aufmachen. Und 85er Laport. Der haben wir am Start. Die letzten 2 Picks. Festigen. Ist sehr gut. 89er Rating. Ja. Und ganz zum Schluss eine 87er Rating. Oberdov. Sehr, sehr gut. Ja, ich bin zufrieden für diesen Account. Weil ich werde demnächst auch natürlich ein paar SBCs ETC machen. Auch Spieler. Falls die kommen dann für die türkische Community-Liga. Also geil. Ist okay. Machen wir weiter. Die nächsten 30 Picks. So, wir machen mal direkt hier weiter. Ja. Also, jetzt sind wir auf dem Haupt-Account. Ich hoffe, wie ziehen jetzt sehr, sehr gute Spieler hier. Weil ich habe auch nicht so viele Spieler am Start. Ähm. Uh. Das ist sehr gut. Und 89er Rating. Schmeckt auf jeden Fall. So, es geht hier weiter tatsächlich. 81er Rating. Hier habe ich nicht so viele Spieler. Ja. Bisschen Coins. Ja. Mein Startelf ETC. Aber nicht so viele hohe Ratingen. Also, so ein SBC-Futter, sage ich mal. Ähm. Jo. Trend Alexander-Arnold. Schmeckt. Also, hier auf dem Account läuft auf jeden Fall nicht verkehrt. Jetzt ein paar Special-Karten. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. RQIS haben wir noch am Start. 81er Rating. So. Wir haben noch natürlich. Viele Pics noch am Start. Ich erinnere mich noch. Wir haben letztes Jahr. Beziehungsweise die letzten Jahre sehr, sehr viel gestreamt. Und die Pics natürlich schön aufgemacht. Im Stream hat unnormal Spaß gemacht. Momentan kann ich auch nicht streamen. Ja. Weil ich halt viel zu tun habe. Weil ich halt momentan was aufbaue. Aber ich hoffe in Zukunft, wenn alles in Ordnung ist, dass man wieder mal ins Game reinkommt. Bisschen streamt. Aber wie ich auch im letzten Video gesagt habe. Dazu werde ich halt natürlich mehr verraten. Mehr sagen. Wenn es soweit ist. Offisch zumindest. Und ja. Ansonsten kommen natürlich einmal die Woche so FIFA-Videos. Und am Wochenende. Ja. Meistens sind wir halt ein härter Stadion. Momentan. Und da kommt natürlich auch ein Vlog dazu. Und Oblak 88 schmeckt auch natürlich. Ja. Gucken wir mal, wie es so halt in Zukunft wird. Mit YouTube. Mit TikToker und Instagram etc. Schauen wir mal. Aber wie gesagt. Erst so halt im Neujahr. Wir machen mal weiter hier. Und 82er Nunes am Start. So. Es geht hier weiter. 82er Rating. EA Sports. Also das Spiel hat so viele Fehler meiner Meinung nach. Auch wenn ich manchmal die Wicke nicht spiele. Ich werde wieder rausgeschmissen. Hä? Wo sind meine Pics? Wo sind meine Pics? Keine Ahnung was gerade hier passiert ist. Aber ihr habt das live gerade miterlebt. Sage ich mal. Voll. Keine Ahnung. Komisch. Hä? Einfach aus dem Nichts. So sind die Pics weggegangen. Ich konnte einfach Pics aufmachen. Verstehe ich nicht. Naja. 81er Rating haben wir am Start. So. Weiter geht's. Wir haben noch. Ja. Noch ein paar Pics am Start. Komm. Vielleicht noch ein, zwei Walkouts. Vielleicht gönnt. Äh. Ja. EA FC EA Sports. Ja. So. Da haben wir. Haller. Ja. Nochmal Glückwunsch an die Dortmunder. Die haben das Spiel gegen AC Milan 3-1 gewonnen in Milan. Hätte ich persönlich gedacht. Äh. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. So. Die letzten Pics jetzt am Start. Ein. Ein Knaller muss ja noch kommen, ne. Vielleicht so ein. Ja. Eine Special Karte. Dali habe ich gezogen. So. Die letzten zwei. Drei. Ja. Gnabry. Und. Und letzter. So. Und. Ganz zum Schluss. 84er Rubin Neves. Ja. Jungs zumindest. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Ich bin. Pack Experiment. Äh. Ja. Hat jetzt nicht so. War jetzt nicht so krass. Ehrlich gesagt, ne. Ihr könnt mal gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr so gezogen habt. Und checkt auf jeden Fall ihr Neva aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Kuss geht raus. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.